Ich hoffe, dass wir so ein paar dicke Aale kriegen mit dem Eelcatcher. Eelcatcher, Freunde. Endlich JJ und ich zusammen. Ich freue mich mega drauf. Guckt euch die Suppe an, Alter. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ich weiß ja, dass er gut fängt. Oder ich habe meine ersten Erfahrungen gemacht. Wir haben Forelle damit gefangen. Wir haben Hecht damit gefangen auf Wurm. War schon mal mega cool. Und wir haben Aale damit gefangen. Runter. Wenn das ein Fisch war. Nein. Was war... Und wisst ihr auf was? Linke Rute. Aalecatcher. Gebissen auf den Eelcatcher. Das ist jetzt schon der vierte oder fünfte Fisch, der dem Eelcatcher nicht widerstehen konnte. Und ich sage euch eins. Auf Tauwurm ist zwar noch keiner rausgekommen, aber wir hatten schon einen Biss drauf. Ich bin gespannt, wie es weiterverläuft. Hier auf jeden Fall ein wunderschöner Aale. Den lassen wir uns schmecken. Und wenn ihr das haben wollt, dann guckt mal gerne auf bigybaits.de vorbei. Bis zum nächsten Mal. Einen Ball. Bis zum nächsten Mal.